Ahoi Leute! Willkommen zurück zu Borderlands Part 26. Ähm, wir sind gerade im Drums Canyon. Wir sind Jumps da runter, es geht hier hoch. Ja, was wollen wir da? Da müssen wir nicht lang. Ja, egal. Sofern gehen wir dahin, wo wir müssen. Seitdem wir die Quests machen, weil wir immer dahin gehen, wo wir die Quests machen müssen. Ja, aber hier ist der Interessanter. Ja, aber dahinten gibt's Quests und dahinten... Er schandt euch seinen Charakter-Töten-Bonus, deswegen folge ich ihm. Aus dem Dead-Aires. Wir brauchen echt mal langsam ein Mäuschen für die Aufnahmen. Oh mein Gott! Ein Mäuschen, das mit ähm sexueller Belastung und nötig... Nein, ich sag dir ein Mäuschen, kein Stück Scheiße. Oh, oh, Shots fired! Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, ich sterbe, 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 sterbe! Komm Freddy, ich komme, ich komme. Ich weiß nicht, wieso, aber die Spider hat mir gerade so viel Schaden gemacht. Ja, falls die Königin ist, deshalb wahrscheinlich. Ist tot. Ich weiß. Ich hab ihn raufgeschossen und gekrittet. Ich hab ihn am Arsch gekrittet. Ich hab ihn einfach auf den Arsch gehauen. Ich auch. Oh ja! Oh Gott, oh Gott, noch einer. Spankin! Kishi, geh du mal bitte vor. Okay. Ich geh schon. Ich geh schon. Fisch, du bist doch nicht der, der Stürmer. Na, ich bin so ne Mischung aus beidem. Ja, stimmt. Oh Gott, oh Gott, ein König. Oh, was zum... Ah! Hi! Du kleiner Pester. Immer auf den Arsch hauen, Kishi, ne? Ja. Ja, du kriegst nen kleinen Arsch. Oh, ein klasse Mod für mich. Ja, nimm ihn einfach auf. Was lilan ist. Ich hab's einfach direkt aufgenommen. Also ich sammle nie was lilan ist, auch wenn ich sehe. Ich sammle nie was, auch wenn ich sehe, außer Geld. Doch, bei Freddy muss ich immer ganz schnell looten, weil wir hier kein Instant-Loot haben. Instant-Loot, nicht Instant-Loot. Halt's mal. Martin kenn ihn irgendwie nicht, das ist mir zu zu. Willst du mir vielleicht meinen Klassen-Mod dann noch geben, oder? Nö. Oh. Sieht der so aus? Ja, eigentlich schon. Er ist ne Frau. Ja. Das heißt, er gibt einfach nur... Wenn du als Mann ne Frau hast, dann nimmt sie dir alles weg. Der steht einfach nur rum und guckt mich an. Ja. Ich dachte, du stehst einfach nur rum und guckst einfach. Oh mein Gott, Druidika. Wieso schweiß ich mich gar nicht haben? Ich glaub, dass es uns Kreisel ist, Alter. Das sind Druidikars. Ganz eindeutig. Das wird ne Anspielung sein, auf jeden Fall auf die... Ja, muss auch. Viel zu eindeutige Bewegungsmuster, auch mit dem Umwandeln so. Die wandeln sich gar nicht um. Also angeblich soll ich 600% Schaden plus machen, aber irgendwie merk ich davon nicht. Auf mich anzuspringen. Also ich wandelte die Viecher. Das darf noch Fisch. Äh, kann ich nicht sagen. Wir müssen jetzt echt mal ein Mäuschen suchen für Aufnahmen. Ja. Ich mein, die würde sehr schnell weg sein, weil wir halt die ganze Zeit so reden, wie wir reden. Ja. Ne, wir müssen eine finden, die mir so weit klarkommt. Ja. Sexueller Belästigung, Nötigung, Vergewaltigung. Ja. Von mir, das muss man das Planen zu bringen, aber der hat keinen guten Computer, das ist das Problem. Egal. Dann muss ja die Grafik auf 640x480 stellen. Sie muss ja eigentlich aufhören, sie muss nur mitspielen. Ja. Den verstehe ich erstmal mein Schild nicht. Und mit unseren Sprüchen klarkommen muss er auch. Ja, das würde sie, die würde dich einfach kontern in den Tod. Hm? Sie würde dich einfach in den Tod kontern. Oh, gut so. Und weil sie das jetzt gehört hat, weiß sie, dass ich sie angesprochen habe. Hi. Also falls sie das jetzt nicht mehr verfolgt. Äh. Kann sie gerne machen. Ich glaub. Ich finde das gut, wenn Frauen mal Stärke zeigen. Ich glaub das, oh mein Gott. Oh mein Gott, dann arbeitet das beide ein, warum? Psch. Okay, wir müssen hier einmal komplett rum, um dann außen dahin zu kommen. Ja, da kommt ein Großer. Ich steh dir eigentlich vor, wo viel kommt das? Oh, hi. Ist ja ein Cutie. Doch nicht so cute. Doch nicht so cute. Ach, der wär schon tot. Danke. Kein Ding. Aua! Kishi, wieso hast du mich erschossen? Ich kann nicht erschießen. Nein, kannst du nicht, aber wieso machst du das? Du kannst auch gerne festhalten. Ich hab festgehalten, ich ihn weggeguckt und dann hab ich geschossen. Und durch das Schießen wurde es unterbrochen, das wusste ich nicht. Danke, Freddy. Das war Kishi. Nein, das warst du. Was überhaupt? Ich hab den Kinn nicht bekommen, ich hab nur geschossen. Ich hab genau gehört, wie es dein Schuss war. Ja, ich hab geschossen, ich hab aber nicht geschossen. Ich hab ihn hier wahrscheinlich weggenommen. Ja, hier stehen Farbdosen. Nein, das ist Hundefutter. Das ist Hundefutter. Ich mein, das ist wörtlich. Atlas, von Atlas Corporation. Warum? Wir kommen langsam rum. Es geht gleich in Dosen. Das ist schon wieder so ein Bastard. Ich bin in den Luft gesprengt, das hat nicht viel gebracht. Ich bin auch gesprengt. Kirschi. Kirschi kommt von hinten raus. Irgendwo rein oder so und verprügelt ihr alle. Okay, jetzt gib den Prügel. Danke, Kirschi. Bitte? Wie ich der Einzige bin, der ihm immer die Kills lässt. Alter Pisser. Du musst doch, der kommt wieder hier. Boah, mein Monster. Das ist ja noch einer. Er hat sich da verkanntet. Oh, ich hab ihn zu einem Kopfschlug, aber er wollte nicht. Was macht ihr denn da? Aktuell nachladen. Wir zahlen mir nicht genug. Der rechten wir den ganzen Tag. Ich pull a go. Ich hab gerade FPS Einbrüche. Ich bin 42 stabil. Ich hab 60 FPS und trotzdem reagiert mit dem Spiel. in der, äh, ungefähr, also gut, würd sagen, ein Drittel bis, äh, eine halbe Sekunde verspätet. Free Range. Oh, das sind sogar, das sind sogar Freilandsgags. Freilandsgags? Aus Freilandhaltung? Ja. Kann man die essen? Ja. Das ist Skagfleisch, was wir sammeln. Ist dir klar, oder? Wat? Wir sammeln Hundefutter. Na und? Ja, wir sammeln Skagfleisch. Ich hab auch schon Babyfutter gegessen. Ja, Babyfutter ist super lecker, Alter. Ist es auch. Vor allem, wenn man irgendwie Durchfall oder sowas hat. So richtig schön die braune Sprühkupe. Oh Gott, das hab ich noch nicht gewusst. Äh, ich lieg übrigens auf dem Boden und bin gleich tot. Ich auch. Oh, letzte Sekunde so. Danke. Ich wollte euch verschärfen und dann so... Ich fick selber hin. Scheiße, ich lese gar nicht mehr, was da draufsteht. Gesichtsschmelzer. Da steht immer dasselbe drauf. Nein, das erste Mal stand da, das ist, äh, Hundefutter. Nein, das ist kein Hundefutter, das ist Gagfutter. Ja, aber das stand da drauf. Das ist etwas Gagfleisch. Das stand da drauf. Nein, da steht Atlas Corporation Free Range. Achso, nein. Auf dem Text. Bin übrigens schon wieder gefallen, ich chill hier nur so. Ich pull Akron. Ach, du stehst schon wieder? Ähm, ja, ich bin hier hinten tot. Und tot. Du stehst schon wieder... Ich dachte, hä? Hä? Ich dachte grad, der Fisch hilft dir. Ich dachte grad, er steht schon wieder. Und ich war auch... Ich bin die ganze Zeit auf 30 HP gewesen. Deshalb bin ich weggerannt. Nee, ich... Ich war tot und das bin ich halt... Alter, wie ich gut mit der Waffe kritten kann, alter. Ich hab gekritten übrigens. Nee, ich auch. Nee, ich war das. Was? Halt's mal. Gott, ey. Dieser schießt halt sich aus. Schläger. Wenn ich halt das Magazin erstmal verschieße und ich treffe, wo ich in irgendein Klapp schieße. Nice. Tot. Ich hab' kaputt. Ich hab' kaputt'n Klaptrap gefunden. Ich hab' kaputt'n Klaptrap gefunden. Ich könnt'n' den R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Was? Was? Hast du Ulti, Kirschi? Äh, ich werd' mal versuchen, ob ich Ulti hab'. Ja, ich hab' Ulti. Ich auch. Skibb'n aufs Maul, ja! Die totale Schlägerei! Die totale Schlägerei find' ich gut. Ja, das hat doch keinen Sinn mehr. Hat jemand von euch mit mir prügeln? Nein! Ich glaub' hier kann man noch kein Duell machen. Weiß nicht. Gott, kleine Menschen! Oh mein Gott, Zwerge! Jenny, bist du das? Ist Jenny klein? Äh, vielleicht. Also meine Freundin ist auch ziemlich klein, aber nicht so klein. 1,52. Okay, dann ist sie wirklich winzig. Kirschi! Was war ich? Ja? Ich bin gefallen. Ich kann doch nicht beide da auf die Abel, das geht nicht. Ich zieh' immer zu viel Alkohol. Okay. Ich krieg's ja meistens sogar noch selbst, um mich wieder zu bilden. Komm, noch mehr! Der! Der springt runter! Er wollte sterben. Achso, deshalb kommt er wahrscheinlich. Da ist, da ist Loot in dem Boot. In welchem Boot? Da ist Brot in dem Loot. Okay. Was ist Hunde... Das ist wirklich Hundefutter? Ja, sag ich doch! Aus Skagfleisch. Skagfleisch ist doch kein Hundefalter. Ich hab' immer noch keinen Hund gesehen. Ich hab' bisher nur Skags gesehen. Vielleicht aus alten Zeiten? Das wär' sehr kannibalistisch. Skagfleisch an Skags zu füttern. Au! Komm das jetzt her! Ah, ist der kleine Pisser! Und der Text ist übrigens auch immer dasselbe. Schade. Was ist das Reparatur-Kid? Fuck, ey. Auf das Boot kommt man übrigens nicht drauf. Ich lieg' grad auf dem Boden. Ich bin grad voll runtergefallen. Ich bin grad voll runtergefallen. Du musst aber rankommen. Ich probier's nochmal. Da war du drin. Woran kommen? Was? Wie? An das Boot. Hä, wo ist das? Da. Tot. Nee. Nur weil es sich reimt. Denn was sich reimt, ist immer gut. Ist das hier? Ja, es ist hier. Esi, kannst du da... Nein, kannst du nicht. Ich wollte springen, aber dann ver... Ich hab' dabei vergessen, dass ich ne halbe Sekunde Verzögerung hab' und bin gefallen. Meine Textion da hat noch übel spät noch. Ich bin drauf. Boah, ich hab grad richtig schon auf mein Mikrofon gespuckt. Vielleicht. Ah ja. Äh, das ist jetzt bisschen blöd. Wie kommen wir da hin? Wohin? Da zu dem... Wo muss ich das halt anschießen? Nein, das kann ich anschießen. Ich muss dieses komische Mikrofon-Ding echt mal waschen. Den Pop-Shots. So stinkt? Ja. Egal. Ja, weil man total den Speichelfluss immer hat. Oder ich zumindest. Ich will gar nicht wissen, wie das bei Rappern ist, die die ganze Zeit ihr Mikro so richtig schön reinspucken. Reinspucken. Ich kann das irgendwie nicht verstehen. Irgendwie alle spucken ihr Mikro an. Nur ich nicht. Wir sind für sie am Pop-Shots. Du kannst nicht spucken, Käse. Daran liegt das. Du hast einfach keinen Speichelfluss. Ja, bin ich auch als voll drum. So muss ich meine Pop-Shots nicht waschen. Das ist nun fast... Wie kommen wir da jetzt ran? Woran? Ah, das leuchtende Teil da. Das grüne. Gar nicht. Ich weiß haben. Fakten runtergefallen. Das ist einfach nur ein grün leuchtendes Licht. Nein, es ist Reparaturkopf für Claptrap. Oh. Wo liegt der Buster? Ich hab's geholt. Wie holen wir solche Scheiße noch immer? Weil ich Inventar-Upgrades haben möchte. Ich möchte gleich... Ich möchte gleich... Den kannst du drei neue Sachen mit dir rumtragen. Ich möchte lieber kein Craps sterben sehen, als das. Oh, die sterben. Mann, oh. Crumbs Canyon. Streich die Traikapazität. Nicht aufstehen! Wieder aufs Maul fliegen! Bin gelevelt. Äh... Ich bin schon ein bisschen näher gelevelt. Ey, das ist durch mich durchgebrochen. Im Geist. Nein, wir warten jetzt. Das hier haben. Erstmal, also das Fleisch. Okay, dann müssen wir sowieso dahin. Fleisch und Gags. Gags sind Dosenfleisch. Ja. Attentäter-Skill ist voll. Definitiv. Attentäter-Skill hatte ich glaube ich auch damals in meiner Klasse. Ich hätte komplett volles Skilled. In deiner Schulklasse. Wie komplett vollgest du? Hast du alles vollgest du oder nur das höchste? Äh... Nur das höchste. Und alle anderen halt. Größenteils. Drei habe ich glaube ich nicht komplett voll. Also drei habe ich glaube ich gar nicht. Kurz guck das, ne? Ja, ich auch. Ne, nur drei habe ich gar nicht voll. Und alle anderen sind komplett voll. Gleich habe auch schon mein erstes Skiff hier voll und den zweiten euch angekommen. Nice, Gäschi. Auch Ihren kommt wenig. Ich hab dann 888 Kaffee. Maximum. Wie fällt mir? Die Lachter. Au! Naja. Warte, gerade kurzzeitig keinen Pistolen-Sund. Ne, diese Pistole ist echt nicht so gut. Das macht man einfach gar nicht. Damit glaube ich die ganze Zeit irgendeine Scheiße auf. Ja, ich hab die ganze Zeit irgendeine Scheiße auf. Ja. So, ich guck jetzt mal, ähm... Sind die bereit für den Bosskampf? Ah, das war ja. Das war ja. Warte. Ist durchgeladen. Das Shotgun muss ich kurz durchladen. Na ja, ja, wir müssen hier durch. Pistole durchgeladen. Also ich glaub der Bosskampf kommt jetzt noch nicht. Der kommt ein bisschen später. So, hab ich schnell gelevelt. Warum hat das jetzt nicht getroffen? Das Prinzip. Das solltest du doch wissen. Wagen Sie sich immer so, ich weiß nicht, wo ich da hinschießen soll. Okay, lass mich hier schon mal vorgehen und das machen. Ingefallen. Oder nicht. Danke. Ich hatte kaum noch Munition. Ich bin auch ganz gut dabei. Ey, Hitboxen kennt das Spiel auch nicht, oder? Der war da 50.000 Lichtjahre von mir weg und hat mich trotzdem kaputtgeschlagen gekriegt. Alter, die macht mich One-Hit, ne? Ja klar, Nahkämpfer mit einer Axt schon. Ich kann mich kaum wiederbeleben. Ich bin nicht so schnell gewesen. Ja, das war eh viel zu lang, äh, viel zu schnell wie das runtergegangen ist. Ja, weil wir so oft sterben. Oh scheiße, knallharter. Schwul. Oh Gott, zwei Stück von denen. Korsch, ey. Hab grad mal ein paar Granaten reingeworfen. Die Granaten kann ich auch mal wieder benutzen. Sicher kann ich verraten. Ja, vor allem heile ich mich an den Dingern hoch. Und das neue Stärke gut. Ich bin erstmal weg gegangen. Ich bin weiter auf die 6-6 Pisser. Ich bin fast. Nun wieder verzichten mit einem. die Aufwege was blaues der LMG sammelt es halt einfach auf ja von der LMG hab ich natürlich direkt aufgesammelt ich bin auch fast tot übrigens ich weiß nicht worum ich gestorben war, das war wie ne Explosion neben mir, aber hier schießt auch keine Raketen die ist ziemlich gut keine Pause oh das ist eine Waffkiste ja, da hat der Hinsäure Schaden, hätt ich sogar so gekriegt erstmal die Waffkiste angekommen danke, ich war bei 18 Leben gerade bitte, hab ich gerade gesehen, umblick noch eins äh, ein Plasmod für Soldaten und eine Shotgun 33x9 das ist schlecht ok das ist schade ok, sieht nicht ganz gut ja, schön aus ja, verärzt ja ach ja oder eins mit Kechi Doppelkunk 3 x3 oh das ist Reaver Doppel D das ist Fisch Möchtest du nicht sterben Reaver? Danke Gibt's denn hier schöner Reaver okay, dass du verätzt und verbrennest zur selben Zeit oh, ich hab Reaver's Edge bekommen als Waffe Sniper die hast du nicht bekommen, okay von einem Nachkampf kriegt man eine Sniper, das ergibt natürlich Sinn ja der neuste Stand der Technologie von welchem Jahrgang? äh, Trink 1730 da kann ich mich vertrinken da okay, aber geil auch ich glaub ich führte abend doch nicht mit streamen äh, wenn nicht noch irgendwas ich wollte ja eigentlich noch letzte Woche Samstag streamen, aber hatte sich, als ich dann um 1 Uhr nach Hause gekommen bin, erledigt so wie du es dann wahrscheinlich warst okay, noch eine Minute dann würd ich sagen, wir können noch bis zum Ende des Canyons gehen und dann aufhören, ne? wir sind glaub ich am Ende des Canyons, oder nicht? n-n-n-n-n das ist noch ein guter Weg ich bin da ja auch hausvoll ach scheiße, die ist richtig ungenau, die Waffe und sie macht doch gar nicht so viel Schaden die ist voll scheiße, ich benutze noch andere wieder äh, das war meine das Viech kriegt gerade Säureschaden immerhin schonmal und ist tot? he died he died at it? gibt es irgendeinen extrem geilen Online-Shooter mit also nicht Online-Shooter, sondern irgendeinen geilen Shooter mit Multiplayer-Mod? welchen Shooter denn? ja, weiß nicht sowas in der Art wie CS, äh, wie COD irgendwas mit Story halt GTA 4 Shooter mit Story, Evolve fällt mir jetzt ein, also da, da hat ein mit der Multiplayer und der Story und GTA 4 hat nichts mit der Story zu tun, der Multiplayer ja, aber der ist auch nicht wirklich geil und es gibt noch nicht mal Computer wer? GTA 4 gibts zur PC ach so, GTA 4 hallo Part äh, sind wir fertig? jetzt schon ich hab ihn gerade eingekillt, äh ok, dann würde ich sagen, jetzt starten wir ein Part bis zum nächsten Mal Leute, haut rein und ciao! tschüss! haut rein, tschüss! 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 tschüss!